Habe ich nicht in der letzten Folge gesagt, ich möchte das nicht so bunt? Guckt euch mal an, was ich gemacht habe. Ich weiß jetzt so nicht, wie es im Hellen ausschaut, deswegen habe ich jetzt gerade angemacht und gucke jetzt einfach mal, wie es geworden ist. Jetzt bin ich eskaliert gerade, Leute, jetzt bin ich gerade richtig eskaliert. Und vor allem das Pink in der Mitte, also dieses Rosa, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das lasse. Ich weiß nicht, ob ich das lasse. Ich glaube, es ist zu eskalationsmäßig jetzt geworden. Ich wollte bunte Blumenkästen haben, das war der Hintergrund. Und ich wollte ein, also das kannst du leider nicht streichen, hier die Wiese. Und dann wollte ich einfach, dass die Imkerei sich mit dem ganzen Wald vermischt. Oh Gott, es klappt aber leider nicht immer. Naja, es gibt auch Rosa-Blumenkästen. Welche Farbe könnte ich nehmen? Was ist denn mit der? Ja. Ja, die ist schon, die ist schon besser. Wenn es nicht, doch, das ist nicht dieselbe, ne? Ja, das ist ein dunkleres. Okay, schon haben wir den Schaden abgewendet. Okay. Ja, das sieht schon mal besser. Stell ich mal da hin, weil alle sind voller Pracht. Mit anschauen. Ja, langsam wird's. Ja, langsam wird's. Ich habe ein gelb genommen, was auch Richtung Honig geht. Und das sieht jetzt mal schon mal nicht schlecht aus. Das finde ich schon mal schön. Ne? Ich glaube, den Wald, den lasse ich auch so. Und jetzt seht ihr schon, was ich hier gemacht habe, ne? Ich habe schon alle Dächer sozusagen gestrichen. Und dann auch das Dach von unserer Küche und so weiter und so fort. Ich denke, das ist eine schöne Geschichte. Hat schon irgendwie was, ne? Und ob ich das hier lasse mit dem Grau, weiß ich noch nicht. Da möchte ich erst mal oben die, unser Eingang möchte ich eigentlich erst mal so machen und anfangen zu streichen. Wenn das gut ausschaut, dann machen wir das so. Das kommt jetzt auf den Eingang an. Weiß brauchen wir sehr viel. Hä? 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 Verwirrung. 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 Puh. Titanerz. Und noch ein schönes Porträt. Ist mir das eigentlich kaputt gegangen? Gut, dass ich nichts mehr mitnehmen kann und alles droppt. die Samen weg. Ähm. Boah, die Samen weg. Was haben wir hier noch? Mango-Samen, Planke, Palmblatt. Die Mango habe ich aufgenommen, oder was? Ach, egal. Ähm. Jetzt, wo ich das sehe, weiß ich nicht, ob mir das gefällt mit dem Grau. Wenn ich mir vorstelle, das komplette Raft ist in Grau. Nee. Glaube ich nicht. Welche Farbe wird das werden? Hä? 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 Was nehmen wir da eigentlich? Nehmen wir da auch dieses Grau? Jetzt habe ich natürlich keine Farbe mehr. Nehmen wir da auch dieses Grau? Und vor allem kann ich schon wieder Farbe nachproduzieren? Das ist hier die Frage, ne? Oh ja, kann ich. Sehr gut. Bevor es weitergeht. So. Und los. Und los. Blume. 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 Die Basis nennt. Schwierig. Auf jeden Fall machen wir als nächstes nochmal weiß. So, was trinken. Also wir wollten jetzt den Eingang machen. Wir wollten ja den Eingang machen, ne? Zuerst muss ich aber was essen. So, den Eingang haben wir ja weiß. Und was wäre, wenn jetzt der Eingang rot wäre? Kacke, oder? Weiß ich nicht. Wie sieht denn der Boden aus, wenn der rot ist? Wie würde denn das ausschauen? Und wie würde denn das ausschauen? Wir müssen jetzt so ein bisschen eskalieren, weil wir sonst immer noch nicht wissen, wohin die Reise geht, ne? Aber grau ist ja realistisch eigentlich, ne? Weiß ist nicht realistisch. Aber weiß sieht sehr gut aus mit dem Weiß, ne? Spring mal runter. Guck dir das mal an. Nee. Rot nett. Rot der Boden. Bin ich mir auch gerade nicht sicher. Aber dieses Grau gefällt mir sehr gut. Weiß und Grau. Aber das Rot bin ich mir echt nicht sicher gerade. Vielleicht muss ich mal die vorderen Türme einfach mal streichen. Um dann zu sehen... Oh! Oh! Good morning, my friend. Nee, nicht ziehen. Zeitrutsche benutzen. Abspringen. Und ein bisschen... nach Darm. Das ist mir nicht zu weit schwimmen müssen, ne? Aber auch das Akku-Ritschi uns nicht. Ja. Mach lieber jetzt schon den Anker. Dann wissen wir schon mal, was wir in der nächsten Folge machen. Jetzt können wir uns ja voll und ganz aufs Streichen konzentrieren. Das ist nicht toll. Aber ganz ehrlich, ich finde, so wie ich das jetzt gestrichen habe, geil. Sehr wahrscheinlich würde ich es auch so machen. Und dann sieht es auch wieder gut aus. Wenn wir... Oh Gott, wir brauchen so viel weiße Farbe, Leute. Boah, das wird so übel. Das wird übel. Aber dass man vielleicht schon die Fassade hier außen macht... macht... Nee, du. So. Und dass wir schon mal hier das haben, dass wir uns schon mal hier angucken können. Natürlich auch alles gestrichen, das wäre ganz schön. So. Jetzt haben wir hier das alles weiß. Jetzt müssen wir uns das natürlich noch vorstellen, dass das alles fertig gestrichen ist. So. So. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den Eingang eventuell doch weiß lasse. Ich streiche auch gerade sehr vorsichtig. Das geht anscheinend nicht, ne? So, warte mal, hier habe ich zack, zack gemacht. Dann wird das wieder weiß gestrichen, das wieder weiß gestrichen und das wieder weiß gestrichen. Ich weiß, dass es von innen, sah es kacke aus, deswegen habe ich es nicht weiter gemacht. Aber von außen muss es halt gemacht werden, ne? Hm. Das ist halt die Außenwand. Das heißt... Oder was ich jetzt vorhabe... Das hier wird weiß gestrichen. Richtig weiß. Das muss ich ja irgendwie farblich absetzen, ne? So. Das sieht jetzt schon sehr pompös aus, ne? Mit weiß. Ich glaube, das sieht geil aus. Jetzt müsste rein theoretisch das auch gestrichen werden, weiß, ne? Und das natürlich auch, ne? Die Stelzen. So. Hier ist offen. Nein. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht von innen. Es kann ja von außen schön ausschauen, aber von innen dann kacke, ne? So. Hier oben ist aber die Tür dunkel. Das machen wir natürlich auch noch. Aber wenn, dann in der Farbe, oder? Das ist jetzt... Das ist jetzt schwarz. Ja. Ja. Ist halt so. Schade, dass man, dass man den, den, die Zäune, oder beziehungsweise diese halben Platten nicht so bekommt, dass man oben vielleicht in einer anderen Farbe das hinbekommt, weißt du? So zweifarbig wäre halt auch geil. Versucht doch mal nett zu tauchen, Mädchen. Okay. Im dunklen auch nicht schlecht. Im dunklen auch nicht schlecht. Und wie sieht es von hier drinnen aus? Auch okay, ne? Passt auch wiederum zu dem ganzen Aufriss hier. Ja. Jo. Das heißt, wir brauchen wiederum, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Farbe. Gleich ist die Farbe wieder leer. Und hier wird wieder weiß gemacht. Das ist wieder weiß. Ah, Farbe ist wieder leer. Oh, oh. Kann ich schon was machen? Boah, das geht aber echt schnell, ne? Mit der Farbe. Das heißt, ich muss jetzt auf der großen Insel natürlich schauen, dass ich mir alles zusammenklopfe, was ich, was ich, ne? Das ist Gott sei Dank eine große Insel, die hat Blumen. Aber das ist übel. Das ist natürlich übel. Die ganze, die ganze Farbe, die ganze weiße Farbe wird eskaliert hier. Die eskalierte Farbe. Was? What? Lass mich mal noch Dingsbums anziehen. Ach so, das ist ja ne... Ne Rüstung. Ja, ich glaube, ich komme mit den Farben zurecht. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Man muss sich halt nur dran gewöhnen, ne? Kann aber auch sein, dass ich die Türme doch anders farbig mache. Aber das, dann mache ich, dann würde ich gar nicht die Türme erst machen. Dann würde ich, glaube ich, erst mal diese ganzen Außenfassaden machen. Und wenn die fertig ist, dann die Türme eventuell. Vielleicht mache ich die Türme wirklich in diesem tollen... Rot. In diesem schönen, dunklen Rot. So. 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 Die Sonne geht unter. Aber ich weiß nur nicht, ob ich das gut finde mit dem Grün. Aber das ist das dunkle Grün, ne? Vielleicht sogar das? Oder habe ich das sogar genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal, streiche ich nochmal anders. Ah, das ist... Ah. Das ist natürlich auch geil, ne? Könnte man ja versetzen. Könnte man ja so machen. So, guck. So versetzt. Streichen. Das wäre auch eine geile Idee, ne? Das ist zu weit weg. Das heißt... Nein! Ach, Mädchen. Okay. Okay. Jetzt sehe ich nichts mehr. Sieht alles gleich aus. Ah, wie gut. Ich kann nicht mehr. Traum. A dream comes true. Mach doch mal das Licht an. Dann kann ich Beste sehen. Oder drück auf deine Lieblingstaste. Das ist natürlich auch... So, hier muss ich... Hier muss ich noch streichen. Kann sein, dass man das wirklich dann nur bei... Bei Nacht zieht. So richtig, ne? Dieses... Oh, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So. Leute. Ich mache jetzt die Außenfassade. Einfach weiter. Ich versuche, weiter zu streichen. Und in der nächsten Folge machen wir natürlich diese große, schöne große Insel. Aber das, wie gesagt, gefällt mir so gut, glaube ich. Ich glaube, dass ich diese... Die Wände auf alle Fälle von außen schon mal so streichen werde. Ob ich, wie gesagt, die Türme so mache, glaube ich nicht. Aber das sieht schon sehr, sehr schön aus. Oder doch in dem? Jetzt probiere ich doch nochmal aus, weißt du? Nee, das ist, glaube ich, zu dunkel. Nee, nee. Das ist, glaube ich... Das sieht schon sehr geil aus. Aber das ist, glaube ich, zu dunkel. Wir wollen es ja hell und freundlich haben. Okay. Und wie ich den Boden am Ende noch mache, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich den auch in so Rauten. Ich finde den irgendwie... Ich mag das. So Schachbrett. Gefällt mir eigentlich gerade einfach unglaublich gut. Vielleicht mache ich auch den Boden so. Vielleicht mache ich den Boden in Schachbrett. Dunkelgrau und grau. Oder weiß und dunkel. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, ne? Vielleicht wäre das dann auch zu viel. Und wie streiche ich euer Gatter? Eigentlich gar nicht, ne? Okay. Ich mache schon mal ein bisschen. Und wir machen in der nächsten Folge auf alle Fälle, wie gesagt, diese schöne große Insel ist da. Und müssen aber jetzt... Sind wir ja gezwungen, auch wieder weiterzuziehen. Denn wir brauchen Farbe. Und die Farbmühlen drehen sich nur, wenn sich das Raft auch bewegt. Deswegen freue ich mich schon auf die nächste Folge. Denn wir haben dadurch wieder sehr viel zu tun. Und es wird sehr kreativ. Und ich freue mich. Und jetzt sieht es irgendwie... Jetzt mag ich es. Jetzt habe ich Gefallen dran gefunden. Natürlich nur wegen der neuen grünen Farbe. Die man nicht sieht. Oh mein Gott. Ne, das passt schon für so eine Imkerei. Auch diese bunten Tiki-Figuren, die da vorstehen, ist irgendwie lustig. Komm, ist okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge.